Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers von Mars. Heute gibt's wieder Feuergefecht. Wir lieben es und wir machen aber einen Spezialmodus. Nur Schützen, äh Scharfschützengewehre. Mein Kopf war schon ein bisschen weiter. Nur Schützenschaf. Okay, ich fang nochmal neu an, das ist sehr unangenehm. Moin Leute und herzlich... Mann, hast du dich beruhigt? Ja. Heute spielen wir nur Scharfschützengewehre. Wie das wird und ob der Simon das mit seinem Controller so gut hinkriegt wie ich mit der Maus und Tastatur, ja, das werdet ihr gleich sehen. Es sind ein paar geile Runden dabei und die Leute haben sich wieder so aufgeregt. Ja, aber wir haben unsere Lektion auch gelernt. Viel Spaß mit dem Video und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Schreibt das in die Kommentare, ob ihr das auch spielt und ob ihr Spaß daran habt. Ich finde es einfach geil. 2 gegen 2 ist genau unser Ding. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, unbedingt ein Abo da lassen. Und wir sind mittwochs und freitags 20 Uhr immer live auf YouTube und auf Twitch. Dann seht ihr uns beide gleichzeitig. Also, einschalten lohnt sich. Oh ja. Ah, jetzt genug geredet. Oh ja. Los geht's. Oh ja. Oh ja. Ich bin gespannt, was für Snipper gibt's denn. Alle wahrscheinlich. Kommen alle einmal dran, oder? Ich denke mal, da werden alle einmal so. Ja. Oh, wir fangen mit der Right-Hack an, Alter. Ach du Scheiße. Guck mal, einer geht rechts, einer geht links. Was haben wir auf der 2? Gar nichts. Auch keine Taktik oder so. Gar nichts. Nur Gewehr. Gar nichts. Oh, du bist so scheiße. Ich hab einen. Der andere ist oben auf der Treppe gewesen. Sauber. Nice, Philipp. Ach, da ist die Kamera. Nice. Guck mal, von unten vor den Füßen hochgezogen. Zack, oben weg. Sehr gut, sehr gut. Ah ja. Direkt den Rückstoß eingerechnet. Easy. Ich mach eh nix in dem Game hier. Gar nix. Help, bitch. Aua, ich bin viel zu langsam. Oh, die mag ich lieber. Die SPR. Na komm. Hab mal keinen gesehen. Taktisch, will ich auch nicht. Wollt ihr einen laufen bei mir? Oh, fuck. Da war ich jetzt zu langsam. Die holten mich einfach weg wie der beste Sniper der Welt. Ey, wir machen, pass auf, wir machen einen Trick. Du schleifst dich nach hinten und boxt die alle weg. Okay, ich versuch's. Der Taktik, Kalle. Oh, ich werd schon von drinnen geschossen. Einen hab ich. Den linken. Oh, ich bin tot. Ha! Zauber, Simon. Taktik ist alles. Merkt euch das? Oh, warte mal, warte mal. Ich hab doch hier... Ja. Sprachjet aus. GG. GG. Yeah, jetzt höre ich dich schon wieder doppelt. Einer geht links hoch. Nein, der andere haut mich. Du musst mich ausschalten. Du musst mich ausschalten. Muss er. Unten rechts. Du musst runter. Sauber. Sauber. Oh, nice. HD. Ja. Hab ich gut gemacht, oder? Hab ich gut gemacht. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ich hab deinen. Okay. Der andere ist schon... Huh. Ach. Rechts in der Mitte. Sag, sag, sag. Unter den gleich. Boah. Ja, genau da war der unter. Ey, da hat sich bloß bewegt. Boah. Hast du gesehen? Da ist die Leiche die Treppe runtergerutscht. Ja, hab ich gesehen. Deswegen hab ich da drauf gezielt. Oh, schön. Oh, ich hatte so Glück, dass er gesprungen ist oder so. Ey, jetzt fällt mir jetzt nicht auf. Er ist auch noch super getarnt, ne? Ja, ja. Das ist der neue Charakter übrigens. Der eine ist links oben. Hab ich. Hast du ihn? Ich ziehe ihn rechts nicht. Der andere ist rechts unten bei mir irgendwo. Ich pushe durch. Oh ja, hier. Da so. Genau unter dir jetzt. Weitergelaufen. Oh, da hab ich Glück gehabt. Da hab ich Glück gehabt. Alter, hab ich Glück gehabt. Oh, Drangunov ist auch einfach scheiße. Ich bin aber auch scheiße einfach. Ich seh meinen nicht. Einer hier. Einer da. Oh, einer hier unten im Container. Oh. Einer läuft rechts hoch, andere hinter dir. Hinter dir. Ach, Mann, ey. Die Waffe ist auch einfach schmutz. Mann. Hör, wieso schon? Okay. Dreimal die Drago noch? Yo, fuck, ey. Einer ist links oben. Oh, ja. Scheiße. Wichtig, Simon. Wichtig. Der sieht dich. Oh, seit wann kann man da durchschießen. Ja, eben. Seit wann kann man da durchschießen. Was ist das für ein neuer Trick? Besonders durchs Vollmetall da irgendwie. Wieso immer die Drago noch? Ja, weiß ich auch nicht. Ist jetzt irgendwie eine neue Mode oder so. Nein, der andere kommt links unten. Scheiße. Wo bist du? Was? Oh, was? Was? Ach, Philipp, ey, jetzt. Komm. Einmal richtig, ey. Jetzt einmal mit richtigen Ge... Ah, er schlägt mich. Ach, Allah. Wo bohnst du? El-Umbö. Bitte? Was? Was? El-Umbö. Was? El-Umbö? Ich werd sauer, wenn... Ey, wie schnell ist der denn? Achso, du bist tot. Oh. Der andere war links unten gerade. Der ist am Container. Nein! Nein, ich will raus hier. Ich will raus. Ich bin hier verlassen. Das war meine Schuld. Oh, Mann. Two World Wars and One World Cup and this Cold Game and this Cold Game. Two World Wars and One World Cup and this Cold Game. Hiya, 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 hiya. Deine Mama ist im Stall, hiya, hiya, hiya. Mein Gott, ey. Aber war doch gar nicht so schlecht. Hallo, hört ihr mich schon? Ey, Butze, man, musst du jedem erzählen, dass du bei Twitch bist? Ey, ich geh mal über die Mitte. Versuch, du wieder zu schlagen. One man down, one man down. Einer in der Mitte. One man down. Second man down, second man down. Alles klar, ich mach Pause. Me. Wo hat er mir denn hingeschossen? Ach, hat er die Füße geschossen? Ich geh wieder durch die Mitte. Oh, jetzt hab ich die Retourkutsche bekommen. Oh, der hat dich nicht gesehen. Oh, der hatte dich nicht gesehen. Ich weiß. Oh, der hat sich so Zeit lassen können. Ja, ich... Ach, Mann. Oh, ja, okay. Och, Drago nur auf am Arsch. Das ist... Oh, der eine... Ist in der Mitte. Hab ihn. Den anderen ist links. Hab ich. Einer ist links. Einer ist rechts im Tunnel. Oh, der ist rechts, rechts im Gang. Da. Oh, deine Schu... Ja, sauber. Ich kann mit der Waffel nicht. Deine Mutter. Okay. Richtig. SBR. Oh, die Waffe ist schön clear, ne? Ja, die ist richtig geil. Da sieht man so viel mit. In diesem Coop. Ich hab noch keinen gesehen. Beide links. Beide links. Oh, scheiße. Das war so langsam. Oh, das tat innerlich weh, ey. Ja, wenn du mit der Waffel anfängst zu laufen. Ist halt scheiße. Irgendwie gefühlt. Einer in der Mitte. Hab ich... Der andere ist, glaub ich, rechts. Ja. Ich seh rechts keinen. Ah, da. Hab ich angehittet schon? Der war hier. I don't see him. Sauber. Wichtig. He, he, he. AX. Mag ich auch. Ich glaub rechts. Links. Keinen gesehen. Eine Mami ist tot. Immer noch keinen gesehen. Hier. Hab ihn nie markiert. Ja, aber ich hab ihn gesehen. Oh, hab ich drüber geballert. Oh. Ja, sauber. Quickscope. Naja, nicht mal. Boom. Also war kurz... Der Butze, Mann. Der Butze, Mann. Wen zeigst du auf Twitch. Butze, Mann. Butze, Mann. Deine Mora. Er ist nur Mod. In der Mitte einer. Direkt in der Mitte. Oh, wichtig. Oh, wichtig. Nice, nice, nice. Noch mal ein bisschen. Ja, aber das sind... Ja, dann invite me. Invite me. Let's go. Hab ich Bock. Okay. Wie ist denn der Mama gestern Nacht? Wie findet man dich auf Twitch? Mach kurz Werbung. Schade. Oh, schade. Weit nie. Weit nie. Einfach Liebe. Butze, Mann hat sie zum Spiel eingeladen. Was will der denn schon wieder? Warum? Warum über mich? Bin da. Ich auch. Tadach. Ich gehe auf den Trecker. Alle Objekte sind sicher am Platz. Was? Hier kommt keiner am Trecker her? Boah. Wo bist du? Oh, oh, ah. Er hat mich hinterm Trecker. Mach der nicht, mach der nicht. Uh. Uh. Du musst weg, du musst weg. Zehn Sekunden. Nein. Ah, wichtig. Ah. Nein. Komm mal ab. Schlacken, schlacken, schlacken. Nein. Scheiße. Ich habe einen im Haus. Oben. Oh. Um. Ich schon da. Oh, was? Geil. Boom. Mm. Lecker, lecker. Mm. Schmeckt. Boom. Alter, ey. Dann habe ich ein drittes Auge geschossen. One man down. Einer oben. Hier hinten. Ich gehe hinten lang. Ich gehe hinten lang. Sauber. Kann man dir entgegen? Ja, guck, 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 guck. Ich habe so lange gewartet. Mit Fäusten? Willst du durchrennen? Dann bin ich schneller. Ich bin schneller. Der eine ist hier oben links. Äh, oben drin. Was? Niemals. Ich habe den mit Fäusten geholt. Aber der hat nur noch zehn. Der hat nur noch zehn. Spiel doch Fahne. Richtig assi. Ich sehe gar keine Zeit. Ah, jetzt. Er ist links. Oh, du hättest ihn haben können wieder. Er weiß immer noch nicht, wo du bist. Ich gehe wieder Trecker gucken. Oh, einer aimt die Mitte ab. Oh, er geht ganz hinten lang. Oh, aua. Bin hier weg. Einer hat mich erwischt. No, it's go. Boys in the hood. Boys in the hood, Junge. Oh, meiner war geiler. Sorry, ey. Meiner war geiler. Sie ist ja dann im Video. Einer ist in der Hütte. Einer ist in der Hütte. Der kommt unten raus bei dir, glaube ich. Ach, Digger. Ach, Digger. Boys in the hood. GG, guys. Wieso ist das eigentlich so kurz? Seit wann ist das so kurz? Ja, weiß ich auch nicht, ey. Man kann ja gar nicht die Adressdaten austauschen. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Tutten. Wollte ich sagen. Ich habe meinen. Wer ist hier oben auf dem Dach? Ich gehe rein. Nice. Team Leerbogen. Boys in the hood. Was war da denn? Jungs, ehrlich. Wirklich. Willst du nochmal ran, ne? Oh, Gott. Wir haben so schwul gespielt, hat er. Boys in the hood. Junge. Wie kann man denn schwul spielen? Hä? Was ist das denn eine Aussage? Davon distanzieren wir uns. Aber sowas von. Das ist ja richtig eklig. Willst du ein Auto machen, oder war es das schon? Nö, das war es schon. Aber. Willst du mal ab? Das war es schon. Ich weiß.